Ja, was ist los? Ich glaube, Robin will was Lustiges machen, aber er kriegt sich jedenfalls die ganze Zeit ein Lachflash hat. Na ja, mal gucken, was jetzt noch passiert. Wir gucken, ob noch was passiert. Er ist so dumm, Alter. Er ist so dumm. Na, mal sehen. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Was ist denn nur? Sind wir alle der gleichen Meinung, dass der Typ total bescharrt ist? Mal sehen. Also, ich finde es ja jetzt auch ein bisschen lustig. Und also, ich glaube, wir gucken, dass der Typ total betern ist. Untertitelung des ZDF, 2020